wird verzaubert die werden alle verkauft verjüngung ja umnachtung tote auferwecken wollten wir behalten falls lehmer umkippt sternfeuer kann weg so verjüngung kann dahin ist jetzt die reaktion reaktion hat talana schon bekommen jetzt bekommt was zu schreiben jetzt beschreibt gerugon auch nach reaktion erst mal gleich gucken ob ich doch schon irgendwas da hatte verjüngung kann weg verjüngung kann weg verjüngung kann weg plus 11 trefferpunkte okay behalten erstmal gesteigerter wir das kann auch verkauft werden so du hast ganz viele sachen zu verzaubern ja das soll weg 62 für ein trank der dich verjüngt ja unser gold sieht gerade nicht mehr so toll aus müssen wir auch mit dem auge behalten berüstung klasse 12 kommt auch weg die ganzen mondringe die ich habe immer noch die theorie dass wenn ein gegenstand nicht die maximale stufe hat also bei ringen zum beispiel des garabänen regen ist das glaube ich dann kann auch nicht so gute verzauberung drauf haben also wir können niemals nicht ein ring finden mit plus 25 zauberpunkten der mondring ist das geht halt nur bei diesen besseren hier selber segens regen der gesundheit wenn das jetzt so ein regen gewesen wäre da wird er nicht elf drauf stehen sondern 20 rum plus 24 punkte wer hat momentan am ehesten problem mit den zauberpunkten ley oder wenigen ganzen buffen denke ich charismar plus 10 plus 10 auf alle resistenzen plus 10 auf alle resistenzen rüstungsklasse 2 punkte plus 10 regeneriert 2 punkte mit der zeit ich glaube ich nehme die charismar weg für mehr zauberpunkte kassler plus 10 ja komm das kommt alles auf weg weg das kommt weg ich weiß nicht stink normaler hammer kann sowas von weg ich weiß nicht mystiker starb des todes verkaufen und rüstung waren hier vorne verkaufen rüstung der speer 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 noch jemand waffen doppelt schaden gegen dämonia das wollten wir behalten snaggels axt die müssen wir gar nicht mehr behalten oder wir waren doch schon bei dem zwerg und sind jetzt auch meister an axt und alles ich weiß nicht exklusiver einfluss den will ich behalten aber nur weil er cool ist achso du wolltest reaktionen gucken nee hast du anscheinend noch nicht gesteigert ok plus 15 zu reaktionen schluck reaktion 47 ja ok was noch den wollten wir behalten die kann weg die sache hier unten schmeiß ich jetzt alle weg wir haben keine wir dürften keine skills mehr haben wo wir irgendwelche stats für brauchen um sie zu steigern auf meister rang und wenn doch dann verzaubern wir uns einfach kurz was platz wird sonst echt ein problem langsam danke komm bald wieder so waffen waffen wenn man hier weg 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 so platz sehr schön du weiter verzaubern was ich weiß nicht ich weiß nicht Himmelsring Hexerring kommt weg ich weiß nicht Tiara so das ist zu schäbig das ist zu schäbig Reaktion plus 16 ist meh so du 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 verzaubern glück glück plus 8 ah und wir können mal kurz zwischendurch auch mal gucken bei den Händlern selber ob die noch irgendwelches Highend Zeug haben es gibt ok vielleicht sollten wir nicht hier nach Highend Zeug gucken sondern wir fliegen nach Süden bei den Wegpunkt hatten wir bei Drachensand nicht gesetzt ne das wäre zu praktisch gewesen du Leuchtfeuer zurückspringen ne haben wir nicht oh aber haben wir neun Monat wir haben Juni ne Juni war sumpfte verdammten da haben wir schon also anscheinend haben wir da schon wir konnten es letztes Mal nicht machen deswegen wieder von ausgehen was wir schon eh mal gemacht haben willkommen Kepäck für 60 Tage für 1800 Gold das ist Abzocke so Drachensand du lass uns fliegen Karte so da unten ist Abdul Abdul können wir einsp... brauchen wir da einen Sprungpunkt für Alter ist kein Problem bei unseren Helden nö ich will nicht wirklich einen Sprungpunkt bei Abdul haben nicht so wirklich nö ich will einen Sprungpunkt da haben wo die Titanen sind hier sind schon mal Titanen aber sind das die richtigen Titanen Karte äh nein sind die falschen einen weiter nördlich dann wohl also ich will die Titanen haben die in dieser Stadt rumlaufen die will ich alle töten und in der Stadt würde ich dann einen Sprungpunkt haben weil da werden wir wahrscheinlich die maximalen Stufen erreichen können also in der Trainingshalle da und es gab da auch Geschäfte die komischerweise aber nicht so toll waren wie ich dachte Paradies Tal Hallo Paradies Tal oder ja genau im Nordwesten Flieg nach Nordwesten ich nur die Drachen die tun nichts wenn man sich schnell bewegt da rum da durch hier hinten so du das da du das da und töten ich glaube es gab Respawn du Takt der Götter äh nicht gut du mach mal da da du das und das was tot gut dann einer und zig Sachen wieder zerstört bestimmt da weg 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 ein bisschen aufräumen und dann können wir erstmal trainieren Sternfeuer drückt uns jo Meteorigen ah die flieht weg flieht auch weg komm 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 tot okay raus hier du reparier deinen Gürtel Gürtel Taster und Training so dann sind wir auch gleich geheilt nämlich weil wir da jetzt zwei Wochen drin verbracht haben nicht dass die Tarn irgendwie gestört hätte aber ja weg weg oh gleich haben wir ihn so also dich bringen wir noch um danach au gehen wir zu den Shops die hier sind und eigentlich müssen wir nicht mehr Sachen einkaufen allein dadurch dass wir hier durchgehend am töten sind kriegen wir andauernd neue Sachen wie sowas zum Beispiel ja das kann auch weg du dahin du verzaubern Feuerresistenz plus elf ja ne gut verkaufen du weg du weg du hast Goldpanzer des Glücks Goldpanzer des Golems Golems das haben wir glaube ich genauso ultimative Handschuhe der Elektroresistenz ich hätte gerne einen unverzauberten davon hast du nicht schade repariert 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 ist gekauft okay da haben wir nö nö Rubin amulett ist gekauft danke das und das bitte verzaubern so was 2.11 äh habe ich mich gerade verklickt kein wollte eigentlich was anderes verzaubern äh und Sprungpunkt nicht vergessen da sollten wir kurz zu der Schule gehen und dich noch töten weg sehr gut Leuchtfeuer hier setzen da so was ist unser nächster Schritt wir könnten Burg Darkmore weitermachen und ich glaube das sollten wir auch hier war noch irgendeine Taverne oder ganz kurz ein Nickerchen halten und dann Litsche töten freut mich dich zu sehen gute Nacht gute Nacht zack Leuchtfeuer zurückspringen Burg Darkmore und vielleicht ein zwei Punkte verteilen 69 Stück hast du nämlich inzwischen ich weiß nicht so wirklich 20 Punkte na gut ähm du steigerst bitte mal Luft zweimal damit du langsam ein bisschen mehr Schaden machst du kannst du kannst genauso du wolltest Schatten steigern ne du wolltest auch Schatten steigern mhm wenn wir Licht steigern erhöhen wir damit nur die Länge wie die Buffs halten richtig ah jetzt ist sie gerade beschäftigt das kann ich nachgucken aber ich glaube so war das und Schatten steigern würde zwar Sinn machen aber dann müssten wir die Sprüche auch ein bisschen öfters mal benutzen so Prismenfeuer würde einen Punkt mehr Schaden machen pro Lichtpunkt das ist zu vernachlässigen Tag der Götter äh alle zwei Sprüche werden mit vierfacher Fähigkeit angewandt also Glück Präzision Meditation Kraft und so weiter äh steigert vorübergehend das Attribut Glück eines einzelnen Charakters um 10 Punkte plus 2 pro Fähigkeitspunkt oh also kriegt sie auch bessere Werte wappen wir haben jetzt mit Gerogon 86 du Tag der Götter hast 156 da schreibe ich mir mal auf jetzt müssten wir entzaubert werden das dürfte eigentlich kein Problem sein bitte entzaubert uns bitte entzaubert uns jetzt na gut wir töten nebenbei jetzt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.